Ja, ja, mit Quack und Jermaine Also, es ist lange her, nicht, dass ihr euch wundert So vor 700 Jahren, ca. 1300, da war ein krasser Dache Den nannte man Feuerzunge und der brannte in die Ländereien, so manche Bunde Man schickte ganze Heere aus, um ihn zu bekämpfen Und seinen aggressiven Zorn irgendwie zu dämpfen Doch das klappte nicht, denn er fackelte alle ab Und spießte sie auf seine Krallen auf, wie auf dem Grillstab Irgendwann, die Erde bebt, erschien die Ritterstranse Sie sprach dem Volk mit voller Kraft Den schönen Drachen haben sie Also bald, es war so weit, sie hob die goldene Lanze Und schrie zum Drachen Blödes Vieh, heut geh ich aufs Ganzen Der Drache sagte Die Dranse sagte Und machte sich dann frei Sie schoben meine Nummer, die Dranse brach in zwei Der Drache starb vor Kummer und alles war vorbei Das war die Geschichte von der Dranse und dem Drachen Also merkt euch, bei zu großen Schwanzen kann es auch mal krachen Das kann auch passieren, bei nem Elefanten und nem Affen Weil die Größen dieser beiden nicht ganz zusammenpassen Das war die Geschichte von der Dranse und dem Drachen Also merkt euch, bei zu großen Schwanzen kann es auch mal krachen Das kann auch passieren, bei nem Elefanten und nem Affen Weil die Größen dieser beiden nicht ganz zusammenpassen Ja geil, 2nd Edition so, ist fett gelaufen Genau Ähm, ne Ja, wir sind raus